Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe The Walking Dead Season 2 Part Gute Frage, 15 glaube ich, müsste es schon wieder sein, wenn nicht, dann kriege ich wieder einen Batzen in die Fresse, ja, auf jeden Fall, beim letzten Mal gab es ja so einen krassen Cliffhanger, Alter, das habe ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr erlebt, ich habe echt damit selber nicht gerechnet, ich habe das Spiel schon durchgespielt und habe damit nicht gerechnet, also das ist schon echt ein Ding, das ist schon echt ein Ding, das ist schon echt ein Ding. Und wie schon gesagt, wir gucken jetzt auf jeden Fall einfach mal, wie es weitergeht, oh, okay, kein Weg zurück. Das sieht schon mal sehr furchterregend aus, meine Freunde, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, ohne groß rumzulabern. Ich finde es übrigens sensationell, dass ihr meinen Channel of the Week feiert, ich muss aber dazu sagen, weil ich schon wieder so viele Anfragen gekriegt habe, zwecks, zwecks, ob ich jetzt auch mal den Channel vorstellen kann. Der Channel of the Week ist nicht dafür da, um Leute irgendwie zu pushen oder die Leute vorzustellen, sondern das sind wirklich einfach nur... Das ist einfach nur für die Kanäle, die mir wirklich in derjenigen Woche so besonders aufgefallen sind, dass es sie wirklich wert sind, als Channel of the Week zu bezeichnen. Also hier zum Beispiel bei Linkman, dem letzten, der sticht halt wirklich raus damit, der sticht halt wirklich raus mit dem, was er tut und deswegen habe ich ihn ausgewählt damals. Und ich war wirklich so gespannt auf die nächste Folge noch und nöcher und das war einfach nur sensationell und deswegen war das mein Channel of the Week. Ich wollte jetzt einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass... Das war übrigens der krasse Cliffhanger. Dass ich mit dem Channel of the Week keinen pushen werde, nur um ein Abo abzustauben. Nee, dafür ist es wirklich nicht da und das finde ich auch ein bisschen unehrlich dann. Das muss dann schon wirklich ein Kanal sein, der es wirklich wert ist. Beziehungsweise, das heißt jetzt nicht, dass ihr nichts wert seid, sondern einfach nur, dass ihr euch nicht so raushebt, wie die anderen, versteht ihr? Und deswegen, ähm... Also nicht falsch verstehen oder so. Und ich merke gerade schon wieder, dass meine Kamera nicht so wirklich passt, wie ich das gerne hätte. Das tun wir jetzt aber gleich mal behandeln. Dauert nicht lange, versprochen. Aber ihr seht schon, es flimmert überall und meine Klamotten verschwinden teilweise. Das ist nicht so schön. Gar nicht schön. Da machen wir jetzt einfach mal ein bisschen weniger draus. Ganz genau 130 sind reichen. Sieht schon besser aus, ne? Also ich denke mal, das hat sich auf jeden Fall jetzt gelohnt. So, und weiter geht's. Alter, das sieht schon mal böse aus. Ich meine, das Feuergefecht hat ja damit angefangen, dass Kenny, äh, die Ding erschossen hat. Oh no. Luke! Ja, wie Frauen dazu sind, ne? Was glaubst du denn? Wer würde denn Kind zurücklassen? Jetzt mal ernsthaft, ey. Ich bin da draußen. Gut gemacht, Clem. Shit. Okay, okay, wir müssen etwas machen, y'all. Ich bin hier. Wir können nicht nur hier sitzen und lassen diesen Mann nehmen uns an uns, bis er rauskommt. Wir müssen etwas machen. Wir müssen einfach mal können. Können Können, er hat es unter Kontrolle. Oh, ist das, was du sagst, das? Nein. Nein, jemanden muss gehen. Wir können nicht nur hier sitzen. Das ist dein Wettbewerb! Du bist mein Mann, dein Mann, und ich werde mich mit dem Gasem geben! Das ist dein Wettbewerb! Englisch, m****! Ich will alle von dir! Was ist das, Clem? Ich denke, es ging direkt durch. Scheiße, ich weiß nicht. Ich werde gut sein. Ich denke, ich werde gut sein. Nein, los! Los! Geh raus! Oder ich pute eine Bühne in dieses Kinds Hand! Los! Los! Ich sage, los! Entschuldigung! Kenny, was machst du? Ich habe das Ende. Geh raus! Genau jetzt! Das ist eine Bühne! Die Bühne! Die Bühne! Die Bühne! Die Bühne! Die Bühne! Die Bühne! Geh raus! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Bitte lass mich was tun dagegen! Wir müssen sehen, dass alles alles in Ordnung ist! Stopp schwarzen, verdammt! Nein! 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 Lass mich was tun! Jane? Yeah! Sie ist wieder da! Ich glaube, ich spinne! So ist gut, Mädchen! So ist gut! Nur so wird's gemacht! Messe! Nimm das Messer wieder mit! Safe, raus! Hier! Ich habe ihn! Oh nein! Ist der Kleine jetzt einfach abgehauen, oder? Jesus Christ! Das war, äh... Das war intensiv! Ich dachte... Näh! Ich dachte, das war es. Ja, das war für diese Scheiße. Was? Für zurück! Was? Was? Ich wusste diesen Mann nicht. Ich habe nie jemanden, der mich nicht verletzt. Ich habe ihn nicht verletzt. Ich versuchte, dass er ein walker ist. Aber... Es ist anders. Du hast uns geschaut. Ja. Das ist das, was ich getan habe. Aber... Ich fühle mich falsch. Hm. Komm! Komm schon. Okay. Und jetzt los. Tja. Rebecca hat es nicht geschafft. Und ich sage es echt ungern. Ich glaube, hätten wir auf Kenny gehört, wäre es nicht so weit gekommen. Ich glaube, hätten wir auf Kenny gehört, wäre es nicht so weit gekommen. Es passiert. Sie hat sich geändert. Just like Dad. Nein, du bist nicht schützt, Kenny. Du hast was du, um den Mann zu schützen. Sie hat nur zu viel Blut verloren. Das ist kein Mensch's fault. Wir könnten sie besser machen. Sie war einfach zu weit weg. Sie ist mit Alvin, jetzt. Ja, ja, sie ist. Sie sind nicht schützt, Bekka. Wir nehmen dich auf dein Junge. Sie sind schützt. Du schützt, Scheiße! Hey, hey! Stop, Leute! Get weg von mir! Es ist vorbei, Mann. Er ist kein Schmerz zu uns. Wie kann man das sagen? Natürlich ist er. Geh aus dem Weg! Oh, was machst du? Ich mache das gleiche, was dieser Scheiße versucht zu tun zu uns. Es muss nicht so sein, wie das. Kenny, bitte! Er ist nur ein Schmerz zu schützt, Mann. Er war nicht so weit, dass wir uns schützt. Das Mann ist tot. Nur weil er keine Schmerz hat, nicht so sein, dass er keine Schmerz hat. Er hat nicht. Also, es hat ihn alleine gemacht. Es gibt ein Haus, Essen. Bitte, bitte, ich kann dich nehmen. Bussisch! Nein, nein, das ist wahr. Wir haben einen Platz, nicht weit weg. Essen. Sie sehen? Er will helfen. Oh, nicht so dumm. Er ist nur zu retten, dass er seine Schmerzen ist. Warum in der Hölle würde du uns helfen? Oh, ich will nicht sehen, was die Menschen sind tot. Dann close deine Augen und ich werde es schnell machen. Jenny, wenn er die Wahrheit sagt, könnte es uns schützt werden. Und wenn es eine Schmerz ist, dann werden wir alle sterben. Er ist schützt. Wir können ihn nicht vertrauen. Es ist wert, dass er das Risiko zu schauen, dass er das Ort herauskommt. Vertraue ihn, nicht vertraue ihn. Es ist nicht wichtig. Wir sollten gehen, in Ordnung. Wir müssen nur aufhören. Es kann nicht weit weg von hier. Du gehst weg von hier. Du bist der Grund, warum diese Schmerzen kamen nach uns in der ersten Zeit. Nicht versuchen, das zu schützt auf mich. Lass dich auf, Kenny. Sie hat uns einfach geholfen. Ich war da mit ihr. Es ist meine Schuld, auch. Denken Sie an den Baby, Kenny. Wenn es die Schmerzen gibt, wir brauchen sie. Wir werden nicht mehr lange dauern, ohne mehr Essen. Wir müssen uns eine Chance nehmen. Unless jemand hat einen besseren Plan. Ich muss leider sagen, ich habe viel zu oft gegen Kenny geschossen. Mittlerweile. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht krumm, Alter. Ich habe den Fehler schon mal im ersten Part gemacht. Ähm, in der ersten Season. Ich bin nicht krumm, ich bin nicht krumm, ich bin nicht krumm. Das ist gut. Weil du wahrscheinlich 90% der Grund, warum ich zurückgekommen bin. Und es wird wahrscheinlich ziemlich anwesend, wenn du mich immer wiederholt hast. Ich würde es nicht anwesend sein. Nein. Das würde es nicht. Ich werde versuchen, um das zu tun zu machen. All ich kann tun ist, ich versuche dir, ich werde dich nicht wieder abhören. Das, zu ehrlich sein, ich habe nie gemacht. Auch wenn ich wahrscheinlich schon hätte. Ein paar Mal jetzt. Du hast nicht die Schmerzen an ihn den ganzen Tag. Du weißt, was wir gerade durchgegangen sind? Er ist nicht zu gehen, Kenny. Keine Worte nicht zu machen, dass du dich schmerzt hast. Ich bin Angst über Kenny. Er ist... Er ist in einem dunklen Ort. Wir müssen uns auf ihn halten. Alles, was er durchgegangen ist. Er ist verletzt. Er ist verletzt. Er ist verletzt. Er ist für dich, dass du es funktionieren kannst. Er ist nicht immer, dass du ihn kritisierst hast. Ich bin nicht. Ich habe es ausgedrückt. Ich habe es ausgedrückt. Er ist für dich. Er ist die einzige, die er glaubt. Die er wirklich glaubt. Das bedeutet, dass du der, der ihn zurückkriegt. Er ist auf dich. Wenn wir das wirklich funktionieren, werden wir alle auf dich betrachten. Es ist vielleicht zu lang. Ich bin auch Angst. Aber wir müssen trotzdem versuchen. Zumindest dann wissen wir sicher. Komm schon, Slowpokes! Okay. Gut. Plan verstanden. Müssen wir jetzt irgendwie... Kriegen wir schon. Das Bein. Definitiv das Bein. Ich brauche nur einen Moment. Entschuldigung, ich habe mehr Zeit in mir als ich sollte. Okay, warte da. Hey, was hab ich gesagt? Wenn ich dir etwas erzähle, dann hörst du. Entschuldigen Sie? Kenny, komm schon! Es gibt nichts dafür. Er bekommt, was er verdient. Das könnte wieder ein Fehler sein. Der Kenny, der driftet halt echt auseinander im Moment. Das ist echt scheiße. Ja, ja. Ja, ja. Geh weiter und spreche mit ihm. Ich habe Klamm, wenn ich etwas brauche. Okay. Hier, einfach die Baby. Okay. Das ist gut. 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 Ja. Ich habe das auch gemerkt. Ich weiß nicht, warum es so muss sein. Es ist gut. Es ist gut. Geh zwei von ihnen in einem Raum. Und es ist nur ein Zeitpunkt, bevor sie sich mit einem anderen zu beantworten. Ja. Ich glaube, ich bin in genug Spittin-Kontest, um mit dir zu antworten. Ja. Ich glaube, es war eine Frau, dass sie sich mit ihm verbringt. Ja. Es ist so, wie Jane es aufgelistet hat. Bleib Druck auf, okay? Ich werde jetzt ein paar Managers holen. Hey, Bonnie. Ja? Entschuldigung. Für was? Ich werde gleich zurück. Wie fühlst du dich? Wenn ich ehrlich bin, bin ich besser bin. Wie sind wir hier? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ich bin in der Schnee. Ich bin auf einen Baum. Ich bin in meinem Land. Ich bin in meinem Land. Wenn so viele meiner Freunde sind tot, für keinen guten Grund. Und ich kann nichts tun. Alle, die wir mit uns sind, sind weg. Nick, Pete, Alvin und Becca, Carlos, Sarah. Ich kann nicht überlegen für dich selbst. Es war nicht deine Schuld. Nein. Nicht komplett. Ich kann nicht mehr machen. Ich kann nicht mehr machen. Und das ist nicht für eine Diskussion. Ich weiß es in meinen Häusern. Und ich muss mit ihnen leben. Alles klar. Alles klar. Das ist perfekt. Was habe ich mit dir? Was habe ich mit dir? Hm? Äh... Nichts. Ich habe die Knie mit dem Knie. Ich habe die Knie mit dem Knie. Ich habe das, aber ich glaube, dass er nicht mit mir gefühlt hat. Aber du kennst ihn besser als ich. Vielleicht wird er dir das machen. Okay. Das ist eine Frau. Das wird es nicht verletzt. Aber nur für eine Sekunde. Es wird es verletzt. Wir wissen, was es macht. Es wird es nicht verletzt. Es wird es nicht verletzt. Das ist nicht verletzt. Ich denke, wir gehen mit Alvin Junior. Was sagt? Rebecca wurde mit ihm Alvin, wenn es ein Junge ist. Ich meine, Rebecca war so aus, sie hat sie nicht auf seine Namen. Ich denke, dass seine Eltern das so lieben. Ja, ich auch. Alvin Junior ist es. Würdest du so lieben? Ich denke, A.J. an. Was hast du da? Weil ich denke, ich bin gut. Ich habe es vorhin gesagt, zu Bonnie. Ich habe sie gesagt, ich bin gut. Kann ich ändern deine Bandage? Du solltest nicht so etwas machen. Du solltest nicht so viele Dinge machen. Okay. Sehr schlagfertig, finde ich geil. Schön langsam. Oh, Jesus Christ. Ich werde noch nicht so schön sein, wenn es das ist. Ich bin froh, Carver ist tot. Ich habe ihn mit ihm. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich denke, das wird das verdammt. Es wird ein wenigstens sein. Du denkst? Es wird ein bisschen angetan. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Du musst aufzuzappeln. Du bist okay. Entschuldigung über die Ärzte. Sie wissen, was du meinst. Ich erwarte dir, dass ich mehr als ich bin. Mann, ist das smart. Du kannst einige schlechte Worte hören. Ich habe viel gehört. Ja. Das sollte nicht sein. Du bist richtig über mich zu geben. Ich kann nicht glauben, dass ich bereit bin, Alvin, nur um ein bisschen länger zu halten. Wir sollten ihn wiederholfen. Wir haben ihn aus dem Kampen. Ich denke mir das, jedes Mal, wenn ich Alvin hier sehe. Alvin sollte hier sein. um diesen Mann zu erzeugen. Es sollte er sein. Carver ist der, der das gemacht hat. Nicht du. Ja, ich glaube. Aber ich kann mir nicht helfen, dass ich mich schuldig fühle. Ich meine ohne ein Kenny wären wir nicht wirklich draußen. Das sieht doch schon viel besser aus so, hm? All done. Thank you, sweetie. Yep. Are you ready to go? Let's head out. Hey! Ich spreche mit dir! Ich spreche mit dir! Was? Was? Es ist was? 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 W che Day je nachos? Dort nichtью viel Englisch. Garter. Ein. Arvo. Wir versuchen, ob das hier ist, auf der Ger Нав gekauft werden. Ist das der Ort, wo wir uns nehmen? Sind die Herzen hier? Nein, es ist in der Haus. Es gibt noch mehr Worte. Es gibt noch mehr Stunden. Ich wusste, dass das was passieren. Dieser Mann uns verletzt hat. Danke. Keine Erinnerung. Es ist schmerz. Vielleicht sollten wir auf die Nacht stoppen. Das ist Scheiße. Relax. Nicht sagen, dass ich mich verletzt. Er ist schweig. 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 Du wirst nicht das. Ich weiß, dass wir alle Tag gehen und wir noch nicht mehr sind. Stopp' zu kämpfen! Ich kann nur versuchen, eine ruhig, quiete Nacht, wo alle anderen nicht auf der anderen Hände sind. Bitte. Das klingt gut. Ja. Ja, es macht. Oh, scheiße. Entschuldigung. Es ist alles gut, buddy. Es ist alles gut. Wenn wir bleiben, sollten wir den Ort rauskuchen. Okay, das ist alles gut. Du wirst hier warten. Ich gehe sicher, dass das kein Walkernes nicht ein Walkernes zu uns in. Ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir. Ich gehe, ob... Du kannst mich ein bisschen unterhalten. Ich gehe mit dir. Nein. Das ist nur du. Es ist egal. Es ist egal. Oh mein Gott, Abby! Schrumpelige kleine Aliens, wie geil! Sensationell! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Jetzt haben sie einen echter festgekettet. Ein Jahr jünger Wichterkauts! Oh mein Gott! Ich bin aus der Schule fünf Jahre alt. Es fühlt sich wie ein Millionen Jahre alt. Zumindest muss ich mich nicht über die Studenten bezahlen. Ich höre das. Ich bin sicher, dass ein Arscher sitzt auf dieser Papierkarte, wunderschönen. Wahrscheinlich. Und was hast du studiert? Er hat Kunstgeschichte. Kunstgeschichte. Ja, das ist cool. Ha. Es hört sich, wie er in einem Kaffeeshop gearbeitet hat. Wahrscheinlich. Ha 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 ha. Oh! Ich habe fast vergessen. Wir sind es für eine besondere Zeit. Und während es sein ist für dein Geburtstag und alles ist, das ist so gut wie es. Anni. Do you think that's a good idea? Clementine. After the day we've had, I think it's the best idea I've got. I'd agree with that. I think she's just saying to take it easy. Right. I feel a little guilty taking the first one. Woah, wait! You gotta make a toast. I'm not really the uh... Come on, birthday boy. It don't have to be fancy. A toast means we all got something to drink. Oh, we can just pass the bottle around afterwards. Go on. To the loved ones that we've lost along the way. And to the hope that we see them again. Someday. Hear, hear. That was real nice. Yeah? I didn't mean for it to rhyme, that was... Well, I got first watch. I think the fence has got us pretty secure. Can't be too careful. Come on, Kenny. Just sit a little while longer. Nah, you stay warm. Clem, let him go. I'm gonna post up over near the hole in the fence there. Holler if you need anything. Thanks, Kenny. Fire's real nice. Plenty of room if you want to get warm. Maybe in a bit. I didn't expect her to come back. Just when I thought I got her figured out. She up and surprises. It's a good thing. You saved our ass. I know. I know. I just... Don't know what she's getting out of all this. We're lucky to have her. I'm glad she's here. Well, she helped us back there. So that puts her as okay in my book. Well... It ain't no secret how you feel about it. Oh, come on. I'm just teasing. It was stupid. I understand. She's a pretty girl. Once you get past all the dirt and nuts... I don't know. I'll be good. I wanted to forget about all this shit for like 10 minutes. 10 minutes? Eh, that's longer than I'd last at this point. Hey! Alright. Alright. It wasn't 10 minutes. Come on. We got a little one around. Sorry. Forget I said anything. It's my fault for bringing it up. I know what you guys are talking about. I certainly hope not. You're talking about kissing stuff. Uh, yeah. Yes. Yes. That... That is exactly it. Was there any kissing? You shut your mouth right now. The both of you. Oh my god. Maybe she came back for you. Could be. I don't know what to say to that. I'd come back for you. You know what I mean. Thank you, Clint. I'll do the same. Luke's a regular Casanova. Hey, shut up. Don't be careful. Your wounds are working on all the late. Oh shit. Heh. I just did it too, didn't I? Sorry. It's what you're talking about. Hm, exactly. You say a drunk man's talk is a sober man's thought? Well, I ain't a man. So they can take that shit somewhere else. Clem. Go see if you can get Jane and Kenny over by the fire. It's too cold for them to be out there like that. Oh, and here. Maybe a swig of this would change the mood. What is it? Yeah. Yeah. Before we get a drink, we sach, ... ... I'm the end of the part. ... I hope it was fun. It was a bit Fucking a bit. ... ... It was a bit of a bit. ... ... ... ... gesagt, worüber sie sich so unterhalten haben und ich finde es auch ganz gut, dass wir jetzt daran arbeiten, als Gruppe ein bisschen zusammenzuschweißen. Ja, schreibt mir einfach mal in die Comments, wie ihr es findet, dass ich versuche, ich versuche wirklich zu Candy zu halten, weil es halt einer meiner besten Freunde ist, zumindest in dem Spiel, auch wenn er ein bisschen auseinander driftet, also ich versuche echt mein Bestes. Vielleicht ist es ein Fehler? Schreibt es mir mal rein, ob es ein Fehler ist, ob ihr euch vielleicht an Luke und die anderen orientieren würdet. Wie schon gesagt, hättet ihr das Baby gerettet oder wärt ihr gleich abgehauen? Ihr entscheidet. Also wie schon gesagt, da unten rein, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, bleibt anständig und wir sehen uns beim nächsten Let's Play oder Channel of the Week oder Avenger Talk. Wir werden sehen, auf jeden Fall. Peace out, I'm your Avenger and see you next time. We'll see you next time.